Wenn der andere seine Küche oder Süßbremst aufmacht, dann darf der schon nicht gekochen. Ich hab mal in Rom, direkt am Training rum in so einer Absteine. Das war der Abzug von der Küche vom Restaurant, direkt unter Meist. Boah! Dann bin ich abends ins Zimmer rumkommen. Denkst du mal an euch. Hältst du ohne die Rede, das werde ich nie vergessen. Der Meist ist oben mit sehr schneide Qualität. Ach!